Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Grüß euch. Ich bin der Daniel. Hallo. Hallo. Guck mal hier. Hallo. Guten Morgen. Grüß euch. Hallo. Geht's euch gut? Ja. Ja. Ihr habt ja geschlafen heute Nacht. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ein bisschen aufgeregt, aber schon noch gut. Wir müssen, wir wollen ja weit weg fahren heute, gell? Ja. Ja. Aber ihr wisst ja noch nicht wohin. Ihr wisst ja noch nicht wohin. Nein, noch nicht. Aber wir fahren schon weiter. Jetzt guckt euch doch erstmal euren Camper an. Ja, cool. Cool. Ich freu mich jetzt schon. Wollen wir mal reingucken ganz kurz? Ja, aber das ist total gerne. Zumindest mal den Kopf reinstecken. Hier, steckt mal rein. Oh, guck mal. Steht da auf dem Tisch. Jungs, das ist nicht für euch. Das ist für die Mama. Und für Papa. Ja. Da steht eine Flasche Sekt auf dem Tisch. Im Kühler. Mit Sektgläsern. Juhu. Die Jungs steigen schon direkt ein. Und ihr klärt schon mal, wer wo schläft, okay? Ich will auch mal gucken. Ich will auch mal gucken. Das war tatsächlich schon gespeichert. Gespräch bei uns. Wo und wer irgendwo schlafen soll. Ja. Eltern vorne, Kinder hinten. Schon aufgeteilt worden. Aber da müssen wir noch arbeiten. Ich glaube, das wird noch öfter diskutiert werden. Ja, mit Sicherheit. Das ist euer FFH-Camper. Übrigens von der Firma Kuno aus Edermünde bei Kassel. Und jetzt kriegt ihr gesagt, wo ihr hinfahrt. Oh, Jungs. Jetzt erfahrt ihr, wo ihr hinfahrt. Oh, an den Gardasee. Wie cool. Da waren wir tatsächlich noch gar nicht. Ihr wolltet an den Strand. Und den gibt es auch am Gardasee. Ihr seid direkt am Wasser. Und wir haben einen ganz tollen Campingplatz für euch rausgesucht. Jungs, jetzt passt auf. Was es da alles gibt. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ihr seid an der Südseite des Gardasees. Nicht weit weg von Verona. Ihr seid direkt am Badeufer des Gardasees. Und zu diesem tollen Campingplatz gehört sogar eine eigene Wasserwelt. Ein eigener Wasserpark mit fünf Poolbereichen. Also da gibt es wirklich alles. Da gibt es eine Wasserrutsche. Da könnt ihr richtig Gas geben runter. Ja. Da gibt es Kinderbetreuung. Das ist für euch wichtig. Man kann sich massieren lassen. Du hast einen Fitnessbereich da. Es ist ganz großartig. Massieren lassen? Als Physiotherapeutin massieren lassen? Das ist ein Luxem. Mal umdrehen. Also wir wünschen euch ganz viel Spaß am Gardasee. Den werden wir haben. Den werden wir auf alle Fälle haben. Danke, danke, danke. So und jetzt als nächstes gilt es den Camper einzuräumen. Ready, fertig machen. Sollte gleich losgehen.